Ganz schön sexy, wie sich die Tochter von Rapper Eminem da auf Instagram zeigt. Hailey Scott grüßte ihre Fans in einem ziemlich gewagten Outfit vom Lollapalooza-Festival in Chicago. Die 22-Jährige trug einen äußerst knappen Mini-Rock, bei dem besser nichts verrutschen sollte. Der heiße Look kommt bei ihren Followern allerdings gut an. Vor allem ihre knackige Kehrseite begeistert die Fans. Verdammt, dieser Hintern schwärmt ein User. Für einen weiteren Follower ist Hailey einfach nur wunderschön. Manch ein Nutzer ist sich sicher, dass Eminem garantiert ziemlich stolz auf seine hübsche Tochter ist. Dein Vater muss so super stolz auf dich sein. Er hat dich ganz doll lieb, er hat sogar einen Song für dich gesungen, kommentiert ein Nutzer. Wie der verführerische Fummel von Hailey Scott bei Eminem ankam, bleibt wohl ein Geheimnis. Fakt ist aber, das Festival-Outfit von Hailey kann sich wirklich sehen lassen.